Hallo, wir sind's wieder, Ohmschen und Lienchen. Also, ich hab schon mal ein Haus gebaut, wo Ohmschen und ich drin wohnen. Und da müssen wir nur noch Ohmschens Zimmer einrichten. Und wo schätzt du, wo wohnen wir von den Häusern? Schätzt du? Manche Dessourante? Warte, ich zeige es mal ein, wo sie gedacht hat. Nee, da wohnen wir nicht. Nee, da wohnen wir auch nicht. Ja, da wohnen wir jetzt drauf. Drei Versuche. Drei Versuchen. Dritten Mal hat's geklappt. Ohmschens Zimmer sieht gerade noch so aus. Aber das wird sich jetzt ganz schnell ändern. Hast du das Haus überhaupt schon gesehen? Wie es aussieht? Ganz schnell. Okay, dann zeige ich es dir erstmal. Also, hier ist das Bad. Hier wird dein Zimmer sein. Das ist unser riesen Wohnzimmer. Lili ist auch schon da. Okay, das ist die Küche. Ist überall wieder grün. Und das ist mein Zimmer. Schön. Okay, und jetzt kommen wir zu deinem. Wir schmeißen mal alles weg, was drin ist. Außer deine Klamotten und das Bild, wo wir jetzt gemacht haben. Hallo, wieso geht's jetzt nicht runter? So. Okay, dann schmeißen wir mal kurz alles raus. Auf Wiedersehen. So. Alles weg damit. Erstens hätte ich gesagt, brauchen wir eine Tapete. Du sagst... Tapete. Eine Tapete. Du sagst einfach welche dir gefällt. Eine Tapete. Eine schöne freundliche Tapete. Kannst auch selber machen. Eine schöne freundliche. Okay. Die? Ja. Okay, jetzt nach dem Boden. Und ziehen. So? Ja. Okay. Dann brauchen wir ein Bett. Ein Bett brauchen wir noch. Ein hohes Bett. Ja. Ja. Nein, jetzt nimmst du. Bist du da? Hm? Ich habe hier Platz. Wo wirst du es hinhaben? Ein bisschen ins Eck, oder? Und am Fünsten. Ja. Da, ja. Okay, jetzt noch ein Nachtkästchen. Nachtkästchen. Nachtkästchen gibt es nicht so viel. Ja, ich mag es nicht. Und jetzt hört es auf. Jetzt war es schon. Ja. Ja. Was passt denn da? Ja. So was, oder? So was, ja. Hier hin? Genau. Okay, Bilder. Ja. Habe ich ein Bild aussieht. Ich hätte gesagt, wisst ihr, das hattest du bei deinem letzten Zimmer schon. Ja, genau. Hätte ich gesagt, machen wir noch einen. Vorhang. Den Vorhang. Der passt gut. Oder? Mhm. Und dann kommt da noch ein Bild hin. Oder der Lille. Nein, der passt noch dazu, oder? Den habe ich doch. Was ist das denn? Das ist der. Ach, das ist der. Auch der Schatter. Ja, ich weiß, der sieht da wirklich anders aus. Weil das. Hier und das da will, oder? Mhm. Okay. Gut, dann brauchst du noch einen Schrank. Du kannst aber auch einen Schrank. Hier zum Beispiel jetzt. Das. Oder auch so machen, dass da klein vermuten sind. Kannst Schrank, oder? Der ist zu groß. Der ist zu groß. Der hat's groß gehabt. Der wird hinpassen. Der ist, glaube ich, auch zu groß. Der wird hinpassen. Den gibt's aber auch noch in der anderen Farbe. Ah, grenzwertig. Passt aber hin. Könnt's auch übers Bett machen. Der gibt's noch in der Farbe. Der sieht besser. Ich glaube, das ist besser. Wollen wir's da hinlassen? Ne, da passt es nicht hin. Da lassen wir's da. Ja. So. Du brauchst einen Fernseher in meinem Zimmer. Tja, aber wo tust du denn hin? Da übers Bett. Dann musst du das Bild wegtun. Ne, der geht auch da hin. Guck, warte. Guck. Okay. Übers Bild so. Genau. Erst noch einen Teppich, oder? Ja. Oder eine Lampe brauchst du auch noch? Ja, genau. Hier. Da muss ich noch mal ein bisschen... ein bisschen... ein bisschen... ein bisschen... Stehlampe... ... 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 Das war's auch schon mit dem Video. Das war's auch schon mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen und ja bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.